Also wir haben Heizer mitgebracht, die wir gedruckt haben, die wir gemeinsam mit Airbus zusammen entwickelt haben. Das ist insofern besonders eigentlich, dass die Heizer direkt auf die Raumfahrtstruktur gedruckt werden, im Gegensatz zu Folienheizern, die der Stand der Technik sind. Und der Vorteil dieser Heizer ist, dass man höhere Leistungen darüber abrufen kann und dass man auch zu höheren Temperaturen gehen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017